Hey, wir sind C. Miau und ihr schaut Warnert TV. Wir haben am Anfang in einer Scheune geprobt und da kam immer eine Katze zu Besuch und hat lautstark ihre Meinung dazu gegeben, also die hat quasi mitgesungen und irgendwie sind wir immer wieder bei dieser Katze gelandet und sie hat quasi den Ausschlag gegeben für den Namen C. Miau. Rock, Rock und Indie. Wir sagen immer Pop meets Punk meets Indie. Also man könnte sagen, dass unsere Musik hauptsächlich durch Bass und Schlagzeug getragen wird. Die Gitarre kommt nur selten zum Einsatz, aber dafür mit Druck und ja, dadurch hat Annes Stimme eigentlich viel Raum. Also wir sind gerade dabei oder haben gerade unsere CD aufgenommen, unsere erste und ja, die ist jetzt eigentlich auch soweit fertig. Das einzige, was wir noch so designen müssen, ist das Buglet und sowas, aber ja, ich hoffe, die kriegen wir jetzt so bald in den nächsten Monaten fertiggestellt. Und ja, also wir sind jetzt eigentlich soweit, dass wir schon gut Konzerte spielen können. Also ja, haben jetzt auch schon ziemlich viel zu tun gehabt und genau, wir hoffen, dass das gut ankommt und ja, dass es einfach so weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Musik 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 Vom Songschreiben ist es ganz oft das, was man auch selber hört und mich bewegen natürlich irgendwelche Themen, was ich gerade aufgeschnappt habe oder was so emotional gerade anliegt oder was einen ärgert oder stört oder so. Von daher, so entstehen zumindest die Texte und vom Musikalischen her inspiriert glaube ich einfach das, was wir auch hören. Also im größten wäre es natürlich, wenn den Leuten das nicht mehr aus dem Kopf geht und sie nach Hause gehen und denen das einfach nachklingt und sie noch so die Melodien im Kopf haben, das wäre eigentlich so das Idealste. Vom Songschreiben Wenn ihr uns zu Hause haben wollt, dann schreibt uns einfach. Wir setzen uns ins Auto, packen alles voll und wir spielen demnächst zum Beispiel auch ein Wohnzimmerkonzert und wenn ihr da Bock Kopf habt, sind wir da, sind wir am Start, ruft einfach durch oder schreibt uns. Man hört euch überhaupt nicht reden, wenn der vorbei fällt. Sollen wir lauter reden? Ne, das passt. Okay. Machen wir das nochmal? Ne, ne, das war gut. Okay. Cool. So, ist das fertig? Okay. Okay. Okay.